Hallo Leute, Willkommen zurück zu Let's Bay, The Legend of the Majora's Mask. Im letzten Part, ich habe schon gemeint, dass die Musik nicht mehr da ist, aber sie ist noch da. Wunderbar. Im letzten Part habe ich den kompletten Faden verloren, aber Kaiju ist noch mit dabei. Ja, hi. Das ist schön. Dadurch, dass ich jetzt gemeint habe, dass die Musik aus ist, habe ich den kompletten Faden verloren. Das ist schön. Das hat dich gerade volle Kanne abgelenkt. Quasi, du hast vergessen, was du im letzten Part geschafft hast. Ja, ich bin, weißt du, es ist, diese Ansage, das ist sowas Einprogrammiertes mittlerweile schon. Aber wenn dann irgendwas auf einmal anders ist, dann kommst du komplett raus sofort. Okay, also du hast insgesamt 13 Faden geschafft, du hast ein paar Wasserstände irgendwie da so. Du hast, war das im letzten Part, wo du das gedreht hast? Ich habe vieles im letzten Part gemacht. Kann ich da hoch hinein? So, hier soll aber noch eine Fee sein, oder? Ja, hier soll noch eine Fee sein. Ich schätze mal, da drüben. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Vielleicht doch so. Aber eigentlich hast du auch nichts geschafft, außer Feen. Äh, jetzt warte mal. Hä, ge... Nein! Er ist nicht abgesprungen. Ja, war voll blöd. Ich wollte ja, dass er abspringt, darüber springt. Ja, ich weiß, dass du das wolltest. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, warum er jetzt nicht abgesprungen ist. Ja, weil er halt ein Arschloch ist. Musst du jetzt diese ganze Wasserfallgeschichte nochmal machen? Ja, scheint so. Das ist ja doof. Das ist ja echt anstrengend. Das ist sehr anstrengend. Vor allem jedes Mal dann wieder wechseln zwischen Eispfeil und Feuerpfeil. Das erinnert mich irgendwie an dieses stetige Wechseln zwischen Eisenstiefeln und Lederstiefeln. Oh ja, oh ja, das stimmt. Ich weiß nicht, hast du Ocarina of Time 3 DS gespielt? Mhm. Ja. Mhm. Da fand ich es ja wahnsinnig toll, dass sie die Eisenstiefel auf den C-Stick gelegt haben. Ja, das fand ich auch cool. Das fand ich sowas von toll. Das ist wirklich geil. Weil das hat mir so viel Zeit gespart. Dadurch war der Wassertungeon richtig schön. Aber nervig fand ich es trotzdem immer noch. Aber nicht so nervig wie ganz regulär. Ich habe auch mal Majora's... Nee, nicht Majora's Mask. Hier, Ocarina of Time Master Quest. Aber ich glaube nur angefangen. Das habe ich noch nie gespielt. Mit einem Kumpel zusammen. Was daran ganz cool ist, dass Quests anders sind, ne? Ja, das habe ich gehört. Du hast halt andere Rätsel in den Räumen und so. Das finde ich halt richtig cool. Das heißt, man kann quasi Ocarina of Time, wenn man das quasi in- und auswendig kennt, durch Master Quest nochmal ein bisschen anders. Ja, nochmal anders spielen. Finde ich richtig cool. Ja, wie gesagt, Master Quest habe ich nie gespielt. Nee, ich habe es auch nicht durchgespielt, weil das bei einem... Weil ich das mit einem Kumpel zusammen angefangen hatte. Und selber das Spiel nicht habe mit Master Quest drauf. Ja, aber du hast doch das für 3DS. Ja, aber du hast doch Master Quest nicht dabei. Doch, natürlich ist das drauf. Da ist Master Quest drauf. Sobald du einmal das Spiel durch hast, kannst du Master Quest spielen. Echt? Ja. Oh, dann sollte ich das... Warum springst du nicht ab, du penetrantes Wix-Ding? Dann sollte ich das vielleicht schleunigst zu Ende spielen auf dem 3DS. Ja, sobald du es einmal durchgespielt hast, kannst du auf dem 3DS Master Quest spielen. Oh, wie cool. Dann kannst du auf einmal auf dem Startbildschirm dann wählen zwischen Ocarina of Time und Master Quest. Geil. Das fand ich echt geil, das muss ich sagen. Oh yeah, das muss ich machen. Das hat mich gefreut, als ich das gesehen habe. Ist doch geil. Ich habe mich gefreut, aber ich habe es nicht gespielt. Ne, ich habe es noch nie gespielt, aber ich habe es ja vor, mal zu spielen. Achso, okay. Ja, das reicht ja auch meistens. Ich kenne das. Dann hat man das vor und dann freut man sich und alles ist gut. Genau. Ich habe ja auch noch Skyward Sword liegen, was ich noch nicht angefangen habe. Und ich will das ja irgendwann auch unbedingt nochmal anfangen. Ja, aber da habe ich dir ja schon meine Meinung drüber gesagt. Ja, ich weiß. Dass Skyward Sword einfach nur noch ein beschissener Müll ist. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich dieses Spiel überhaupt let's playen werde. Ich nehme mir mal sehr stark an, nein. Aber ich muss ja auch dazu sagen, dir gefällt ja auch Majora's Mask nicht so gut. Skyward Sword ist beschissener. Majora's Mask ist im Vergleich zu Skyward Sword 5000 Mal besser. Naja, okay. Dagegen ist, äh, gegen Skyward Sword ist Majora's Mask das beste Spiel der Welt. Okay, okay, okay. Ich habe es... So ein langweiliges Zelda habe ich noch nie gespielt. Okay, ich habe es genannt. Äh, verstanden. Wobei, äh, wobei, ähm, muss ich sagen, äh, 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 Spirit Tracks war auch wahnsinnig langweilig. Das habe ich nicht gespielt. So, wie zum Geier komme ich jetzt darüber. Weil der will nicht abspringen. Der will da nicht abspringen. Was soll ich hier machen? Achso! Achso! Achso, 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 achso. Ich kapiere. Achso! Ja, klar, logisch. So. Gucke mal. So. Yay. Sehr gut. Oder? Äh. Nee. Nee? Ich habe gemeint, das kommt höher. Ach, stimmt. Nee, schade. War das fast dann noch ausgeschaut? Äh, wie komme ich denn darüber? Äh. Hä? Hä? Äh. Was ist, wenn ich den hier jetzt einfach mal ein... Ich friere jetzt einfach mal ein. Jetzt komm mal. Das bringt mir gar nichts. Und den will ich auf gar keinen Fall einfrieren, weil sonst bin ich ja wieder weg. Und bin ich ja wieder unten. So. Ähm. So. Ich glaube, ich weiß. Das ist schön für dich. Hihihihi. Äh. Na? Äh. 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 Wer war ich gerade? Wie zum Geier komme ich darüber? Höchst konzentriert. Äh. Uh. Hm. Von da springt er mir nicht ab, weil er irgendwie ein Wix-Ding ist und ich rüberspringen will. Äh. Puh. Das kostet mich jetzt gerade unnötige Zeit, ihr Fixnomenai. Und da hat er wieder geflucht. Yay. Was zum Geier verlangst du von mir, Spiel? Was soll ich machen? Ich kapier's nur nicht ganz. Um nicht zu sagen, ich kapier's gar nicht. Jetzt schauen wir mal, äh, Ocarina of, die Ocarina, jetzt schauen wir mal. Da bringt man wahrscheinlich... Ich will einfach mal... Ich weiß nicht, ob's mir was bringt. Willst du die Vogelscheuche holen, oder was? Ja. Hahaha. Schade. Ich will nicht ein bisschen näher hier bin. Ich hab mir das, äh... Ich hab mir die Vogelscheuchen Polka eigentlich nicht umsonst geholt, aber irgendwie da bringt sie mir nichts. So, es ist schade, dass er von hier nicht abspringt, weißt? Ich versuch's aber noch einmal. Ja, er ist abgesprungen! Hey! Hey! Dieser grenzdabile Wichslappen ist mal abgesprungen! Na, sowas aber auch! So! Rüber da! Kiste aufmachen! Fee nehmen! Danke! Sehr schön! Dann fehlt dir nun noch eine! Richtig! Ich glaub, ich weiß noch... Weißt du noch, wo sie war? Wo soll ich's wissen? Oh! 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 Ich müsste bis jetzt eigentlich alle Feen haben! Hoffe ich wenigstens, sagen wir es mal so! Wieso? Das war doch jetzt die 14. Jaja, bis jetzt! Deswegen sag ich ja bis jetzt alle Feen! Hast du nicht alle Räume schon getreten? Oh, stimmt! Ne! Äh... Im Bossraum! Da vor dem Bossraum war da noch ne Fee erhält! Nein, die hab ich geholt! Hahaha. Oh nein! Dann muss ich halt doch nochmal irgendwo durchgehen! Ich find die Fee schon noch! Also wenn du jetzt in jeden Raum gehen musst, das wär ja echt ne Katastrophe! Ist halt so! Ist halt so! Hm! Scheint wohl so! Ja, weil ich will... Ich will alle Feen! Ja! Ähm... Und wegen der einen Fee lasse ich mir das definitiv jetzt nicht entgehen! Wegen einer einzigen dummen Fee! Ich bin doch der Meinung, dass sich das echt lohnt! Also hier... Aua! Und vor allen Dingen auch im nächsten Dungeon! Piki Bernier hat es sich gelohnt, sagen wir es mal so! Ja! Der... Die erste jetzt... Na, aber komm, die große Wirbelattacke ist auch nicht schlecht! Also ich finde... Ja... Ist okay! Aha! Aha! Fee! Ah! Hier! Wo? Hm... Sagen wir es mal so! Ich finde es... Keine schlechte Steigerung pro Dungeon, was... Die Fee betrifft! Fee! Hallo! Was haben wir denn da oben? Enterhakenpunkt! Hast du den schon mal benutzt? Nein! Noch nicht! Na ja gut, also was soll da sein? Weiß ich noch nicht! Ich wollte nur... Schade! Ich habe meine Trigger damit vielleicht irgendwas weißt! Kann sein, dass das so schwer ist! Wo ist die Fee? Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Fee da unten irgendwo ist! Weißt? Ich werde das Gefühl nicht los, dass die da unten ist! Und zwar, dass eins... Von diesem... Wehe, die ist in diesem Krug drin! Oh, Spiel! Gnade dir Gott! Gnade dir Gott, Spiel! Jetzt drohst du den... Es ist so ein Dreckspiel! Ey, du hast alle Fee! Kommt die da raus? Nein, noch nicht! Kommt die hoch? Ja, 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 ja! Komm! Komm zu Papa! Komm zu Papa mit der... Ja! Alter, du hast alle Fee! Wie cool! Okay! Wie geil! Sehr schön! Ich würde sagen, Boss oder was? Ja, jetzt muss ich dann erst mal wieder hin. Wie geil! Na, sowas! Ah, jetzt bin ich hier! Jetzt bin ich hier! Okay! Jetzt muss ich halt erst mal wieder rausfinden! Mich erst mal wieder zurechtfinden! Aber das krieg ich schon irgendwie hin! So! Okay! Alle Feen habe ich schon mal! Das ist auf jeden Fall schon mal, äh, gut! Sehr gut! Alle Feen und mega viele Feen in der Flasche! Also, du kannst dich quasi übersehen mit Feen! So! Yeah, 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 yeah! Da, 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 da! So! Was war das jetzt? Ich freu' mich! Äh! Äh! Und hoch da! Wunderbar! Und, äh, so! Vorsichtig! Darüber! Und darüber! Und darüber! Ja, wunderbar! So! Ah! Jetzt bin ich wieder hier! Ich verstehe! Aha! Kein Problem! Kein Problem! Äh! Ach, da ist er! Aber dafür brauche ich ja erstmal! Feuerpfeile! Was? Ich muss ja dazu sagen, dass die Dungeon Items bis jetzt relativ einfallslos waren! Weil du es immer erraten könntest! Erst die Pfeile! Ja! Ach so, stimmt! Nein, auch weil es immer das gleiche war! Ach so, stimmt! Erst die Pfeile, dann die Feuerpfeile und jetzt die Eispfeile! Was ist im nächsten Dungeon? Die Lichtpfeile? Also bitte! Das ist ja... Hallo! Naja... Ähm... Es ist ja sowieso immer in jedem Zelda das gleiche! Ja, aber dreimal... Zwischen... Hintereinander! Ja, nein, 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 nein! Du hast zwischendrin den Fanghaken bekommen und das auch... Das war kein Dungeon Item? Also... Ist das jetzt ein Unterschied, ob du das in einem Dungeon oder... Ja! Ja! Findest du? Für mich macht das keinen Unterschied. Für mich macht das... Für mich schon! Echt? Warum? Ja, für mich macht das einen sehr großen Unterschied, ob das ein Dungeon-Item ist oder nicht. Aber warum? Weil ein Dungeon... Jetzt bin ich da wieder. Hier will ich doch gar nicht hin. Weil ein Dungeon unerlässlich fürs Spiel ist. Sidequests hingegen schon. Ja, aber... Ja, ich weiß, dass der Fanghacken zum Beispiel eine unerlässliche Sidequest ist. Wobei, so gesehen ist ja dann nicht mal eine Sidequest, wenn es unerlässlich ist. Aber Dungeon gehört halt einfach zu Zelda, oder zu weist. Es ist ein Dungeon. Ich kann nicht da durchgehen. Okay. Ich fand, das war jetzt keine Erklärung dafür, irgendwie. Ja, war so. Ist ja egal. Okay, okay. Ich verstehe es. Es ist einfach deine Meinung. Du findest Dungeon-Items einfach am wichtigsten. Genau. Aber das Auge der Wahrheit hast du ja auch zwischendrin bekommen. Egal. So, äh... Da, da will ich rein. So, hier war der Boss, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier war der Boss. Sieht auf jeden Fall sehr stark bis jetzt danach aus. Und da ist er ja. Äh... Ja, wie komme ich denn jetzt da rüber? Ja, warte mal. Wie aktiviere ich denn das Teil da? Hä? Hä? Sag mal. Ja, wie aktiviere ich denn jetzt das Teil? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich will zu dem Boss scheiße, Mann. Mann, warum könnt ihr mich hier einfach zu dem Boss lassen? Ich find das grad schon ein bisschen witzig. Ja, ich nicht. Äh... Kann man mich nicht einfach nur zu diesem dummen Boss lassen? Tja. Äh, ich muss irgendwo was übersehen haben. Eigentlich. Du müsstest dir jetzt quasi nur überlegen, was du jetzt machen müsstest. Ja, was ich aktivieren muss, damit das hier angeht. Mhm. Ich hab jetzt grad überlegt, dass ich das eine Rad wieder... Nee, warte mal. Nee, das würde keinen Sinn ergeben. Hä? 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 Äh... Ich... Ich hab keine Ahnung. Uh. Das könnte jetzt widerlich werden. Meinst du? Ja. Quatsch. Das könnte jetzt ganz, ganz widerlich werden. Nein, das glaub ich nicht. Ich schon gerade. Ja? Weil ich keinen Plan hab. Ah. Okay, das ist natürlich unpraktisch. Und ich relativ wenig Lust habe, den ganzen Dungeon nochmal neu zu durchsuchen. Aber ich muss irgendwo hier... Ich muss hier raus. So. Da, das ist grün. Das ist grün. Grün ist gut. Grün ist gut. Da, warte mal. Grün. Ich folge jetzt mal dem grünen Rohr. Ich weiß zwar nicht, in welche Richtung, aber ich folge ihm jetzt. So. Jetzt gehen wir erst mal hier raus. Jetzt warte mal. Jetzt warte mal. Papa kriegt das... Nur mal kurz aus Neugier. Ich hab keine Magie mehr. Oh nein. Wie kommt das denn? Ach so, ich... Keine Ahnung. Ach, du musstest ja eben bei diesen, ähm... Du musstest ja ständig hin und her wechseln und hoch und runter und so. Ja, stimmt. Da ging ziemlich viel Magie bei drauf. Äh... Schön, aber jetzt brauch ich, äh... ganz dringend ne Magieflasche. Ich glaub, da unten gab's immer welche. Jetzt warte mal. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die immer wieder nachkommen. Oh. Da war ne Fee drin. Mhm. Gehen wir mal... Nicht da rein. So. Gehen wir mal da rein. Wenn's kommt, da. So. Oder auch nicht. Okay, ich kann da nicht mehr rein. Dann geh ich nochmal da rein. Da war der Boss. Weil hier unten sind ja auch Krüge und so. Da hinten, guck. Mhm. So. Magie! Jawoll! Ah, zack. Alles wieder voll. Wunderbar. So muss das sein. Okay. Und schon wieder ganz hoch. Ich hab nämlich das Gefühl, dass diese Theorie, die ich habe, richtig sein könnte. Welcher hast du? So. So. Äh. Okay, sie ist falsch. Gut. Die Theorie ist schon mal falsch. Äh. Tja. Da oben war aber nichts anderes als... Die Fäds. Tja. Es geht von da unten, da oben rein. Da ist aber der Boss. Das ist der Boss. So. Heißt, ich sollte da oben mal reingehen. Aber schau mal, da ist auch nochmal was Grünes. Viele, viele grüne Rohre. Nein, ich will hier nicht rein! Nein! Menno. Dann schwimmst du halt wieder raus. Äh. Wo? Da. Aua. Okay. Ähm. Ähm. Da. 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 Kuckuck. Nein. Nein. Ach! Aua. So. Jetzt erst mal hier lang. Ach. Hier bin ich jetzt. Okay. Und sonst so? Schöner Tag heute, oder? Mhm. Definitiv. Na Leute, was sagt ihr dazu? Ein schöner Tag ist heute, oder? Du schaffst das schon. Daumen hoch für die, die meinen, dass diese Tempel bescheid ist. Hehehe. Hehehe. So. Ähm. Jetzt muss ich mal gucken. Also darf man sich jetzt wieder rüber? So viel ist klar. Kann ich hier jetzt irgendwas machen? So. Von da unten kommt es. Und dann geht es da rüber. Also gehen wir da jetzt einfach auch mal rüber. Einfach weil wir es können. So. Und du gehst hier oben entlang. Aber den Schalter da oben habe ich aktiviert. Nein. Mensch. Du. Ah. Äh. So. Es sei denn, der Schalter ist aus irgendeinem Grund wieder deaktiviert. Was ich mir nicht vorstellen kann. Oh. Ach so, es gibt zwei grüne, oder was? Ach, es gibt zwei grüne Schalter. Jetzt warte mal. Wenn es zwei grüne Schalter gibt, dann ergibt es wiederum Sinn, warum es nichts bewirkt hat, dass ich den einen aktiviert habe. Weil der ist noch aktiviert. Okay. Das, äh. Ja. Es gibt zwei grüne Schalter. So viel ist jetzt mittlerweile sicher. Ähm. Ich schätze mal, da kann ich wahrscheinlich jetzt nicht lang, oder? Doch kann ich. Wunderbar. Ach so, dann komme ich hier hin. So. Geh mal wieder nach unten. So. Ähm. Bam, 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 bam. So. Da oben. Und das wäre da. Da will ich rein. Da. Da vorne. Wo? Da? Da. 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 Und rein da. Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich da nicht rein kann. Ja, ich kann da nicht rein. Was ist denn das für ein Kack hier? Tja, das ist ein Wassertempel. Zelda und Wassertempel. Soll ich jetzt einfach nochmal das Wasser umstellen, oder was? Na, der Tempel macht ja so einen Spaß. Oh. Okay. Da. Ja. Bin schon hier. Äh. So. Ähm. Bam, 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 bam. Ja, dann muss ich mich jetzt mal im nächsten Part wieder ein bisschen umschauen. Mhm. Ich hoffe jetzt mal, dass ich hier irgendwo doch immer aus diesem Scheiß-Tempel rauskomme. Geht ja mal gar nicht hier. Ah, wie war das? In diesem Part mussten wir eigentlich mit dem Tempel fertig werden. Oh, oh, oh. Ja, eigentlich schon, aber ich komme nicht zu diesem dummen Boss. Ja. Naja, äh, mal schauen, ob ich es im nächsten Part wieder einkriege. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play, der Legend of Zelda Majora's Mask für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. 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 Ciao.